Es gibt einen Unterschied zwischen flach und steil und innen und außen. Die sind nicht gleich. Und ich erkläre euch jetzt, warum. Es ist tatsächlich eine der häufigsten Missverständnisse im Training mit Golfern. Ich sehe so viele, die Ankommenden haben zum Beispiel ein Slice, weil sie im Übergang steil waren. Ganz bekannte Fehler, dass der Schläger steil ist, also zu senkrecht im Raum steht, zu weit nach vorne. Und man kommt von außen nach innen. Der Ball kriegt eine Kippung der Achse und fliegt in einem Bogen nach rechts. Und das findet man sehr unschön, weil man dann natürlich viele Bälle verliert. Und man geht da ran und sagt, okay, ich muss mehr von innen kommen. Und das Erste, was man macht, ist, sagt, okay, der Ball, und das ist natürlich eine korrekte Aussage, kriegt eine Kurve nach rechts, deswegen, weil der Schläger von außen nach innen kommt. Und man will das richtigerweise korrigieren. Das Problem ist, dass es aus mehreren Sachen besteht. Das eine ist die Neigung des Schlägers, beziehungsweise des kompletten Schwungs. Und eigentlich kann ich das sehr viel besser zeigen im Setup, dass man sagt, das wäre ein Setup, wo der Schläger neutral ist, das wäre steil und das wäre flach. Und jeder versteht ganz genau, was gemeint ist. Und gemeint ist, dass der Schläger parallel zu dieser Ebene schwingt, während des gesamten Schwungs. Und so, was die Richtung angeht, kann man natürlich nicht sagen, dass flacher irgendwie besser ist als steiler, weil der Schläger geradeaus sich bewegt. Also, in der Regel wollen die meisten Golfer etwas flacher schwingen, und das ist in Ordnung so. Wobei zum großen Teil durch den Schläger selbstbestimmt natürlich. Ich habe hier ein Utility-Eisen, also so ein Driving Iron, und das ist natürlich sehr viel flacher als mein Pitching Wedge wäre. Die Verkippung dieser Achse bedeutet nicht, dass ich von innen oder von außen komme. Das passiert erst dann, wenn der Schläger zusätzlich dazu verkippt ist. Also, ich beginne mit einer neutralen Ansprechposition. Schwinger auf. Der Schläger ist zumindest mehr oder weniger parallel mit dieser Ebene. In Wirklichkeit, für alle Ebene-Fetischisten, es gibt nicht diese eine Linie. Das ist eine dreidimensionale Geschichte, ein Golfschwung. Und es ist eigentlich eine Ellipse und nicht eine Linie. Aber davon erstmal abgesehen. Wenn ich hier bin, bin ich ungefähr parallel zur ursprünglichen Position. Hole aus vielleicht. Und wenn ich runterkomme, aus irgendeinem Grund kippt der Schläger dort. Vielleicht ist es durch zu viel Oberkörperrotation am Anfang des Schwungs. Vielleicht zu viel Armverdrehung am Anfang des Schwungs. Wie auch immer, der Schläger ist zum Beispiel zu steil. Und wenn man weiterhin rotiert, das wäre zum Beispiel ein Grund, warum man von außen nach innen kommen könnte. Und man sagt, okay, ich will weiter nach innen. Und jetzt kommt natürlich das Problem. Ich habe die Neigung des Schlägers nicht verändert, sondern ich habe alles einfach weiter nach innen gemacht. So, was passiert dann? Und das ist ja natürlich super spannend. Ich mache mein Setup. Schwinge auf. Meine übliche Position, dass ich das mache, habe ich durch weniger Körperrotation korrigiert. Aber nur das Innenteil. Ich habe alles weiter nach innen gedreht. Der Schläger bleibt steil. Und jetzt schwinge ich runter. Was passiert jetzt? Entweder geht der Schläger immer noch zu weit nach vorne. Oder ganz entscheidend, ich schwinge nach unten. Der Schläger bleibt steil. Und ich schwinge so an dem Ball. Der Schläger ist also immer noch zu senkrecht, kurz vor dem Treffen. Was entsteht dann? Unsauberer Treffer. Weil ich vorher in den Boden schlage, wegen zu steil. Oder das korrigiere und fange an, tatsächlich flache Hooks nach links zu machen. Und deswegen ganz viele Golfer, die über einen Slice sich beschweren, beschweren sich ebenso über hin und wieder mal hucke ich das Ding auch noch nach links. Und der Golflehrer sagt natürlich, Mensch, das kann nicht sein. Du kannst nicht Slicen und Hooken. Und tatsächlich kannst du. Weil das eine ist die Neigung des Schaftes, also flach und steil. Und das andere ist innen und außen. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich finde, der beste Weg, darüber nachzudenken, ist, dass man sagt, okay, guck mal, die Unterarme hier, also meine Arme, wenn ich sie drehe, also Uhr nach oben macht flach, Uhr nach unten macht steil. Das ist flach und steil. Ich mache das primär durch meine Arme. Und die Rotation meines Körpers verschiebt die Hände insgesamt nach hinten. Und natürlich eine Korrektur von einem klassischen Slicer müsste aus beiden bestehen. Also sowohl das Neigen des Schläges auch als auch das Weiter nach hinten drehen. Das eine ist also innen und außen. Und das steuere ich in der Regel über meine Hände und Arme. Und das andere ist die Neigung des Schlägers. Und das steuere ich so. Also eine spannende Geschichte, wenn du deinen Slice verbessern willst, weil eigentlich müsstest du deinen Slice verbessern, indem dass du sowohl die Hände weiter hinten hast, als vielleicht auch ein bisschen diese Schaffneigung, sodass du flach wieder zurückkommst. Und ich finde, ein ganz guter Weg, das zu üben, ist mit einem überlängenen Stab zu schwingen. So etwas zum Beispiel wie das hier. Ich schwinge einfach die Bunkerhake. Die Bunkerhake ist super lang und zwingt mich ein bisschen, Kontrolle zu bekommen über die Schwungebene. Ansonsten haue ich in den Boden ganz woanders. Schau mal, wenn ich steil mache und schwinge nach vorne, ich schlage hier in den Boden. Ich muss also ganz genau gerade sein, um tatsächlich genau gegenüber meinen Füßen in den Boden zu kommen. Also flach, flach zurück trifft hier. Steil, irgendwo im Schwung. Und dann komme ich gar nicht da ran. Also schnappt hier eine Bunkerhake und übt mal flach und steil. Also nicht nur für Hakengut, sondern für die Kontrolle des Schwungs. Für unsere Academy-Mitglieder, schön, dass ihr da seid. Das Video geht natürlich gleich weiter. Für alle anderen aber jetzt nun eine Frage an euch. Habt ihr verstanden, was flach und steil wirklich bedeutet? Bist du flach oder steil oder innen oder außen? Ich würde mich freuen, von euch zu hören in den Kommentaren bei YouTube hier unten. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und einen wunderschönen Golftag.